Herzlich willkommen zu diesem bisschen spontanen Video, deswegen gibt es auch kein Intro und kein Outro. Und zwar, weil ich schon im Urlaub bin und wer sich jetzt fragt, Junge, warum bereitet sich ich auf den Urlaub nicht vor? Ja, ich habe mich vorbereitet, nur beim Kopieren auf dem Handy ist irgendwas schief gelaufen. Der Hardware-Codierer oder irgendwas, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht genau sagen, woran es liegt. Irgendwas ist da broken gewesen und deswegen, ja, lässt sich das Video nicht mehr abspielen. Abspielen schon, aber nicht mehr hochladen. Ich habe auch probiert, das innen durch den Konverter zu schicken. Die sagen, haben da alle einen Error. Ja, deswegen muss ich jetzt nochmal aufnehmen. Und zwar, ihr seht schon, wir sind in der Suche drin, und zwar bin ich auf Twitch, denn ich werde Livestream. Und zwar, wenn es alles gut geht, einmal in der Woche. Und deswegen könnt ihr mir schon mal reinfolgen, denn ich weiß nicht genau, wann der erste Livestream ist. Ich vermute mal, so am 5. habe ich es erstmal geplant. Aber sicher sein kann ich mir noch nichts. Auf jeden Fall gebt ihr dann ein. D-D-A-N-I-K-R-A-F-T. Und dann seht ihr auch schon hier. Ja. Das hier war ein Livestream, den ich aus Versehen gemacht habe. Da ist die Qualität noch besser. Und zwar, die alten Streams sind nicht angezeigt, weil das waren alles Test-Live-Steams. Ein Test-Live-Steam wird auch noch sein, wo ich meinen Overlay-Test, was ich mir jetzt langsam aktuell zusammenbastele. Und nochmal die Qualität prüfen, weil ich kann leider nicht ein 1080p 60 und sowas streamen. Das hält mein Internet nicht aus. Das heißt, da muss ich auch nochmal gucken, wenn ich mir mit 480p, oder mit Twitch ist es ja noch genauer angegeben, was nicht 500p oder sowas um den Wert rum streamen. Und das heißt einfach, ihr habt zwar keine gute Qualität, aber ich versuche halt die Bitrate und ich versuche möglichst alles oben zu halten, damit ihr es gut ertragen könnt, aber nicht die ganze Zeit der Stream buffert oder was weiß ich. Deswegen lasst euch von dem Stream nicht verwirren, denn der Stream ist mit meinen normalen Aufnahmesettings aufgenommen und deswegen hängt der auch ein bisschen und buffert die gesamte Zeit. Kann man nichts machen, aber was ihr schon mal tun könnt, ist mir hier ein Follower dazulassen, indem ihr einfach auf Folgen klickt und, falls es noch nicht getan, dann gerne auf Twitter gehen, mir ebenfalls Followern. Wir haben gerade schon 9 Follower, da haue ich immer, wenn es irgendwas in den News gibt, was rauskommt. Und ich probiere mich, was mir letztens, muss es zugeben, leider nicht so gut gelungen ist, Daily Tweets rauszuhauen. Ja, ich probiere es. Ja, auf jeden Fall, soviel zu mir und meinem Twitch-Account. Ich werde, der Erste wird am 5. stattfinden, entweder auf 15 oder 17 Uhr. Genauere Infos findet ihr entweder, wenn ihr die Benachrichtung aktiviert habt oder wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann werde ich auch nochmal mit Essen mal eine Notification kommen. Ich bin jetzt live auf YouTube und Twitch oder ich werde es auch rechtzeitig daran ankündigen, ob ich jetzt am 15 oder 17 Uhr anstreame. Ja, wahrscheinlich am 15 Uhr, muss ich sagen. Und viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich freue mich auf meinen ersten Live. Ich muss halt nochmal mein Setup und alles testen, aber ein guter Dinge, dass es gut wird. Und jo, lasst gerne ein Abo auf YouTube da. Follaut mir auf Twitch und auf Twitter. Gebt dem Video ein Like. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Vielen Dank.